Hallo Leute und willkommen zu meinem Let's Play, ja nennen wir das Let's Play, ähm, klopp, ja, ich hab das ja, ich hab davon ja einen Let's, ähm, Test gemacht, es hat ein paar Leuten gefallen, daher mach ich das jetzt auch. Und, ja, ähm, alles was man machen muss, ist halt irgendwie das Pferd, äh, bis ans Ende bringen. Und, ja. Oh, es ging grad. Renn. Yeah. Los, es, es klappt. Los. Das sieht jetzt, wer, nein, 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 oh, oh, Pferd. Okay. Brunne 2, dann, 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 los. Nein, 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 du stellst dich nicht hin, du läufst ganz normal wie ein Pferd, das halt eben macht und du fällst jetzt nicht hin. Du fällst jetzt, du fällst. Was bist du für ein Pferd? Du fällst. Und zack, und zack, und zack. Und du, du stehst schon wieder auf den Hinterbein, das gibt es doch nicht. Und nein, nicht fallen, danke. Ja, so ist gut. Nein. Ja, nicht zurück. Vielleicht kann ich mir wieder die Füße brechen. Einen Moment. Ich hab das ja schon mal, äh, geschafft, die Füße zu brechen. Und, lass, ich komm da durch. Los, brich dir die Füße, doch du Scheißpferd, brich dir die Füße. Ja, endlich. La, 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 la. Nein, nicht, nicht, nicht fallen, nicht fallen. Los, los. Das klappt doch eigentlich gut. Mit gebrochenen Beinen kann sich ein Pferd doch noch ziemlich gut fortbewegen. Ohne Schmerzen sogar noch. Los. 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 Ey, das klappt echt gut. Los, los. Nein, 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 nein Oh, du Pferd, Junge, Junge. Okay, jetzt probier ich es wieder mit. Moment. Ja. Dann, dann, dann. So läuft auch ein Pferd, oder? Auch ganz normal. Dann. Mann. Also, ich, ich habe bis jetzt nur Pferde gesehen, die auf Vorderbein laufen und, äh, auf Hinterbein. Und, du, du bist Pferd, wieso fährst du dauernd? Was bist du für ein Pferd? Hast du Gleichgewichtsstörungen, oder was? Hallo, ich bin nur dein... Okay, okay, boah, ich, ich schwöre euch, ich, ich, ich mache das Pferd jetzt fertig hier, ey. Ich mache das Pferd fertig. So. Yeah. Yeah. Los, go, Pferd. Go, Pferd. Brich dir das Genick, Pferd. Los, brich dir das Genick. Los, los, so weit, so Gott. Nein, doch, du. Mönchchen. Hui. Du dummes Pferd, ey. So, los, 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 los. Oh, und du. Ja, natürlich, fall, 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 fall nur hin, das tut auch gar nicht, wie du dummes Pferd. So. Okay. Dann, dann, dann. Da kommt ja Musik, wenn man schnell genug ist. Nein, 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 oh, nein, oh, nein, oh, du dummes Pferd, wieso tust du das, wieso tust du mir das, oh, du dummes Pferd, ey. Ja, fall, fall nur hin. Ey. Du bist kein, du bist, oh, so ein faules Pferd habe ich noch nie gesehen. Oh, draußen weinen sogar schon Kinder, weil ich das nicht schaffe Oh mein Gott, nicht weinen, ein kleines Kind Ich mach das schon Ne, jetzt ehrlich, draußen weint ein Kind Jetzt glaub ich mal wieder auf die Schnauze geflogen Hier fallen öfter Kinder auf die Schnauze Nein, 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 immer, immer an der Stelle, immer, wirklich, immer Krass Die Kinder hier, ey Och, komm schon Was soll ich denn dazu sagen, es ist einfach nur ein dummes Pferd, das nicht laufen kann Und los, komm, ja Innen dort Ja Die erste Folge ist bestimmt so langweilig Und das mach ich auch nur interaktiv, also es ist kein Hauptprojekt Davon wird nicht jeden Tag ein Part kommen Aber man muss das auch sagen, dass ich meine Hauptprojekte nicht jeden Tag regelmäßig uploade Das hab ich aber schon oft erklärt, da meine Internetverbindung voll für Narsch ist Das können manche Leute bestätigen Auch mit Leuten, mit denen ich online spiele Das merkt man am Ping Daher tut's mir leid, wenn Ey, ey, nein, 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 nein Genie Das Pferd läuft wie ein Clown, Mann Wie so ein behindertes Pferd Mit so Gleichgewichtsstörungen Wow, wow, wow Yeah Und dort So So, wen grüße ich denn alles? Ja Ähm, ich komm jetzt mal langsam zum Ende Und ich grüße Hallo Sami, wenn du das siehst Hallo Hallo Sami, hallo Äh Äh, was Was Diesmal wird so was das nicht Ja, naja, also ähm Ich grüße all unsere Abonnenten Dem Nicht fallen Ich grüße dich auch, Sami Das hab ich aber glaub ich schon gesagt Ich grüße auch deinen Bruder Ich Grüße All meine Bros Meine Homies Hier, ey Das sind auch glaub ich nur 5 Nein Keine Ahnung Müssten ein paar mehr sein Gott, das hört sich abärmlich an, oder? Leute Ich grüße einfach alle, die da sehen Hallo Ach Mach mal ein Momentchen Komm, mach mal ein Momentchen Zeig mir den Leuten, was du alles kannst Ja, kein Salto Oh, kein Frontslip Oh, du dummes Pferd, ey Dann, 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 dann Los Tan, 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 tan Los 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 Nein, 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 los Ich hab, ich hab gesagt, ich will zum Ende kommen Hab schon alle gegrüßt und, und ich spiel trotzdem weiter Das, das Spiel macht aber auch einfach Spaß Man kann einfach nicht aufhören Und ja Es, es ist einfach, es ist einfach so Es ist einfach so Ich kann nichts dafür Tut mir leid Und hoffentlich lacht sich hier niemand ein Arsch ab Hier, also ein Arsch ab Was, das ist nicht ein Arsch ab Haha Und dabei ist eh nur eine Person angesprochen Ne, das wissen wir Wir wissen beide, wer es ist Ja, ich bin allein im Raum Und ich sag, wir wissen beide, wer es ist Es ist so intelligent von mir angewiesen Die Wissenheit halt ist bei mir 5 Meter groß Ne, 5 Meter hoch Haha Ich will da jetzt nicht fallen Ja 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 Los Nein, 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 nein Los 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 Nein, 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 nein Weiter, weiter, weiter Weiter geradeaus Weiter geradeaus Ja, genau, genau, genau Los Jetzt Jetzt bekomm bloß nicht deinen Ausrasterpferd Ich bitte dich Ich bitte dich Ich bitte dich Nein, nein Bekomm bitte nicht deinen Ausraster Mensch, bitte Wer ? Wer ? Wer ? Wer ? Wer ? Nein, nein, nein du Ja buenos , ne , echt Okay Lalalalalala Lalalalalala Los, mach. Pferd. Pferddance. 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 Nein, nicht fallen. Ich fallen. Du sollst Pferddance machen. Dann. Ja, das ist auch toll. Okay. Dann sag ich mal. Dann sag ich mal Tschüss. Tschüss, Leute. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal bei Klopp. Das wird jetzt ein bisschen öfter kommen. Habt Spaß. Boah, das war jetzt richtig ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, davor noch eine Frage. Ja, eine Frage. Eine kleine Bitte. Mal wieder. Wie eigentlich in jedem Part. Von mir. Falls ihr irgendwann mal keinen Bock mehr habt auf Klopp, dann schreibt es einfach in die Kommentare. das bringt nämlich dann niemanden, wenn, wenn ihr das einfach keinen Bock mehr auf Klopp habt, weil es einfach so ausgelutscht ist und weil es dann einfach schon zu langweilig ist und ich mache dann einfach unnötig weiter. Das ist dann auch scheiße. Also, einfach bitte in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Einfach egal. Auch wenn du gerade nicht ein, ähm, gerade zu geschalten hast und uns gar nicht kennst und hör auf, dir dein Bein zu brechen. Auch wenn du uns nicht abonniert hast, einfach, hat's dir gefallen? Ja? Nein, einfach. Mehr verlange ich gar nicht. Und das war's dann auch. Ey, ich bin weitergekommen. Cool. Hä? Nein, nicht, nicht fallen. Nicht fallen. Nicht fallen. Oh, du. Oh. Oh. Okay, Leute. Auch rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann ist ja.